Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. So, wir schauen uns jetzt mal an, was sich hier hinter dem Weg verbirgt, der da lang geht. Denn ein schwerer Sturmdruppler steht nicht ohne Grund dort. Ja, da kommen wir dann oben runter wahrscheinlich. Boah, die muss signal. Du kommst hier nicht lebend raus, Jedi. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Ich werde dich ausschalten. Super. Das war nicht schön. Ich wollte nur wissen, ob du da bist. Ich habe mich ja ein bisschen mit Lichtschwert verdauen, ne? Doppelt ist doch besser. Was soll ich da mit einem? Ah, er ist mit einem Behälter. Den kriegen wir wieder nicht auf, ne? Ah, ja. Was ist denn dieser Scrum-Anschluss? Was ist denn mit dir? Was willst du denn scannen? Königsklumen, können wir mitnehmen? Ich bin gespannt, wie sie wachsen. Okay. Okay. Elementar-Natur-Lichtschwert-Hülse. Okay. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ob das so klug ist? Wenn da gleich einer drinne steht. Ei, 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 ei. Okay, hier ist nix weiter. Hey, schaut er fast so aus wie Gold. Also, wenn ich das richtig verstehe, sollen wir jetzt hier einmal rüber springen und dann da drüben gleich. Langschlittern. Was ist das? Auf der Jagd nach Feinden. Ab dich. Weiß aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Dich hab ich gerade noch gebraucht, Alter. Ja. 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 Na super. Ein Scan? Gut gemacht. droppler eigentlich könnte man schon hier dann kommt zwar er wieder aber dann haben wir drei stimms weil ich meine die da drüben mein gott wieder aber die können ja eh nicht gute eine ist dann da hinten noch probier mal und speichert wenigstens ab bevor wir jetzt den weg noch mal gehen müssen das war noch mal lieber die drei gegner noch mal und hab habe ich noch schon okay da sind wir bei voller energie und haben noch zwei auf reserve so ist das gescheiter oh gefällt mir gar nicht lichtschalter drück einfach mal wie vom imperator gewünscht haben wir besetzt und die bewohner umverteilt der planet hat bislang keine signifikanten daten oder relikte für projektbohrer gebracht seine elektromagnetischen winde haben den großteil unserer dankbaumaschinen lahmgelegt gleichzeitig fallen immer mehr truppler der gefährlichen fauna zum opfern wir werden unseren auftrag hier nicht erfüllen können ich empfehle daher das projekt abzubrechen und nur einen außenposten zurückzulassen um unsere technologie vor plünderern zu schützen projektbohrer ach so das ist gleich noch mal textform okay ist nix ist nix mach ich doch hab mich gewehrt so wie du wolltest oh okay das ist es mhm hoha das schaut ein bisschen draggy aus oh mein gudnes oh mein gudnes also bisschen konzentration hopp hopp hoppa so ja hier ist nix wo soll ich denn hin ach ja da oben auf die plattform da ja da muss man mir schon sagen ne wow die dinger fahren ja auch hier rein ja ja okay ja 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 also ganz vorher ist mir das hier nicht fuck wie kommen wir hier weiter ok jetzt haben wir Matsch fuck ach hier können wir ja an der Wand laufen blöd oh nein boah war das knapp junge 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 ok das heißt ausruhen sollen die mal respawnen ist egal ob hier sind wir safe jetzt geht's ab nicht sicher ob ich Bewegung gesehen habe aufpassen wohnt in euch jetzt hast du es mit mir zu tun Genie feuert auf den Pfeil ich kann nicht an ihm dran bleiben ich brauche einen Stimp mach ihn fertig vorrücken los wirf mal her wenn er sich weiter erholt ist alles vorbei der Jedi ist geschwächt ja er gehört mir bleib lehrt euch den Ziel dranbleiben Ziel ist mobil ja ich konnte nicht mehr abhauen das ist nämlich der Nachteil wenn du den äh wenn du den Gegner mit den Zielerfassungssystem erfasst dann schwingt die Kamera natürlich so scheiße und man kann nicht wegrennen wir sollten uns echt versuchen auf 1 zu konzentrieren wenn wir auf 2 gleichzeitig gehen wird schwierig oder wir rennen wieder einfach weiter aber dann muss ich die kiste da sein lassen das wäre ja nie so klug hmmm das war dein letzter Fehler ein Aufständischer äh verstanden ich musste schießen du wirst nicht entkommen holt euch das Ziel zurück mit dir alle ich bleibe an hier dran ich habe ihn in Formation halten richtet den Eindringling hin geht doch um nicht gleich so man 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 irgendwas brauchbares Sternenjäger Mann das ist Lackierung oh die will ich mir gleich mal anschauen joo ja so finde ich schicker rutsch rutschpartie juhu oha ist das dein Ernst ey oha 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 meine Güte ich hab was gefunden was wissen sie nichts von Cordova ich glaube die wissen nicht dass er hier war dann sind wir im vorteil noch nur kurz sagen wir waren stehen nicht umsonst da oh ja ist man hier das ist zeitverschwendung wasser crane vor unmöglich dass hier drin was nützliches ist mhm das 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 ja swiss Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Leider nicht, ne. Auch Tennis ist hier so ein doofes Vieh. Hier sind drei solche Viecher. Geht kaputt. Also gut. Erstmal meditieren. Tiefen entspannen. Alles wird gut. Alles ab. Hier sind wir safe. Ich habe gerade drei gezählt. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier. Okay, weiter komme ich hier an der Stelle nicht. Wir müssen ja nicht zwingend gegen alle kämpfen. Wenn wir jetzt hier das Slow anstellen. Was ist da unten? Ach, das hat nur rot geleuchtet, weil ich da wahrscheinlich nicht reinkomme, ne? Was sagt die Karte? Also laut Karte müssen wir eh da hoch. Genau, das ist eine Tür, die ist zu. Ja. Wir müssen da hoch. Das heißt, ich schätze mal, da hinten geht es weiter. Kommen wir da oben zu der Kiste irgendwie hin? Was ist da unten? Das sehen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht, ne? Nö, da gibt es nur eine Ebene. Also ist da wahrscheinlich zu. Da ist da eine. Also mal angenommen, wir müssen jetzt da hin da, weil da oben wird es ja auch nicht weiter gehen. Die Frage ist nur... Wee. Also wir springen jetzt einfach mal hier runter. Hallöchen. Und hauen ab. Läuft doch. So habe ich mir das vorgestellt. Warum gegen die kämpfen, wenn es auch einfach geht. Da kommen sie durch. Heiliger. Das war ein Sturm, habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Und jetzt? Ups. Das ist die früheste Sefo-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken, kann ich das Burgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Okay. Wie tief denn noch? Ei, 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 ei. Mhm. Eine Fahrstuhlfahrt, die ist lustig. Eine Fahrstuhlfahrt, die ist schön. Ich bin im Graben. Ist das riesig. Imperialis? Kein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Schieeem. Er ist, äh. Geht nicht. Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Was ist das denn? Kannst du das scannen? Nee. Ich schätze mal, ich muss hier wieder raus. Alter. Hast du das gesehen? Ah. Das ist Kungus. Oh, naja. Das hatte ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Oh ja. Hallo, guys. So. So. Woher kommt der in die Kugel jetzt hierher? Schiebung. Äh. Geht nicht. Dammit. Hilf mir, bitte. Alter, Schwie. Ich hasse diese Viecher. Die sind so ätzender. Ja. Muss ich jetzt hier die ganzen Kugeln irgendwie befreien, oder wie? Okay. Ja, aber ich komme ja niemals da rüber. Und an der Wand laufen ist hier auch nicht. Okay. An der Seite kann man sich festhalten, ne? Ja. Und dann fliegt man so ganz kurios da runter. Alles klar. Das hat ja bestens funktioniert. Okay. 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 Junge, 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 Junge. Ja, was ist denn das hier? Puh. Interessantes Rätsel auf jeden Fall. Ja. Meditieren halte ich für eine ganz vernünftige Idee. Sehr schön. So. Fähigkeiten Baum. Nehmen wir jetzt einfach mal hier das letzte. So. Wann gibt es die nächsten Sachen? Da können wir jetzt alles. Okay. Okay. Ich muss jetzt noch mal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Äh. Den habe ich da nicht gesehen, den Manneken. Aber ist das nicht so nah? Oh, oh. Das ist bestimmt so ein böser Wächter oder sowas. Oh, Entschuldigung. Äh. Ja, er schläft noch. Okay. Ähm. Jo. Darüber kommen wir nicht zufällig, ne? Was ist das für ein Ding? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Wie ist das für ein Ding? Oh, das war eng, Junge. Gucken nur, dass hier nicht im Boden irgendwie wieder was ist. Hoppla. So. Ja, hi da drüben. Okay. Okay. Muss man doch schon den richtigen Winkel treffen? Hm. Ei, ei, ei. Noch so'n Vieh. Alter. Willst du mir mal? Ja. Ich bin dir dankbar. So, jetzt wird's ein bisschen mehr interessant. Uh. Ach du heiliges Blechle. Junge, Junge. Oh, ist hier los? Hey, Leute. Immer schön gechillt bleiben. Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. So, jetzt mach ich's einfach wieder zu, oder? Ach, dann sei der wieder da. Ja. Hervorragend. Herrlich. Ich hab' ne ganz böse Vorahnung. Hier gibt's nicht zu welchen Speichelpunkt, nein. Ich schleich mich mal ganz langsam da vorsichtig. So ganz langsam. So ganz, 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 ganz langsam. Das ist nicht ganz was Neues. Was ist das denn? Okay. Du hast mich lieb, ich hab' dich lieb. Ich hau' ab. Okay, ich komm' hier nicht hoch. Verdammte Scheiße. Boah, Alter. Hi, Leute. Ich muss grad mal kurz hier so... Oh, Mann. Oh, Mann. Weg. Renn, 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 renn. Ich brauch' Hilfe. Oh. So. Yes. Ich hab' ihn. Puh. Puh. Krabbichter. Alter Schwede, ey. Machen wir mich voll fertig. Ah, leuchtet der Energiekern kann er mit äußerer Gewalt und Vorsicht entfernt werden, um einen kritischen Angriff auf den Wächter zu ermöglichen. Interessant. Interessant. Aus dem Wächter. Oh. 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 Oh Mann, ich bräuchte mal wieder so einen Meditationspunkt. Ich hab nämlich keine Stimmbählter mehr. Das ist nicht gut. Alte Statuen. Oh Mann, ich bräuchte mal wieder so einen Meditationspunkt. Oh Mann, ich bräuchte mal wieder so einen Meditationspunkt. Oh Mann, ich bräuchte mal wieder so einen Meditationspunkt. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh. Oh, da kommen wir nicht weiter. Was ist das? Wow, es ist hell. Jetzt lernt er endlich, wie man Sachen wegschiebt. Zertrümmert. Ich laufe mal lieber an der Seite. Man kann ja nie wissen. Ja, geil. Läuft bei ihm. Oha. Konzentration. Jedi wollen keine Aggression. Wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Rück den Ball weg, bevor er dich erreicht. Gut. Weiter so. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg. Geil. Geil. Aha. Na, guck an. Komm wieder her. Oh, es war also was drin. Zivianisches Eisen, na? Der Wächter ist lange zerstört. Geil. So. Wird trotzdem mal ganz cool. Du bist ja schon wieder ein Wächter, oder? Hey, ich geh kaputt. Nein, Mann. Ich geh kaputt. Das gibt's nicht. Das ist freilich wieder ein Wächter. Hast Suche des Auge des Sturms. Mein Freund. Sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshier Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Zefo Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Okay. Hey, oh Mann. Geh da hin zurück, wo du warst. Wo muss ich jetzt hin? Boah, ist zurück zum Schiff. Ich kämpfe nicht gegen dich. Nein. Ich wär ja schön blöd. Hmhm. Nee, nee, du lass mal. Oder gibt's hier irgendwie ein... Ach, hier gibt's ein... Ich muss gegen ihn kämpfen. Hinten gibt's ne Tür. Verdammt. Ja, das kann ja was werden. Mit der wenigen Energie, die wir haben. Also, mein Freund. Ja. Okay. Das ging mal voll daneben. Ich hau ab. Oh. Ah. Schön. Ich höre die Distanz, die kein mit einer Sprintattacke zurücklegen kann. Ein Luftangriff. Oh cool. Das machen wir. Und dann das. Aha. Was haben wir denn da hinten noch? Okay. Oh, alles klar. Wehe ich Bescheid. Einmal ausruhen bitte. Oh, frisch ausgeruht geht es dann in die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Mit jeder Menge. Au.